Die Filmbilder wurden in der Wüste Namib in Namibia gedreht. Die Elefanten, Elefantidara, Altgr Fa T-Eckige Klammer auf Elefant-Eckige Klammer zu, Stamm von F-Eckige Klammer auf Elefas-Eckige Klammer zu, Elefant, bilden eine Familie der Rüsseltiere. Diese Familie umfasst alle heute noch lebenden Vertreter der Rüsseltiere. Elefanten sind die größten noch lebenden Landtiere. Bei der Geburt wiegt ein Kalb bis zu 100 Kilogramm. Die Tragzeit ist mit 20 bis 22 Monaten die längste aller Landsäugetiere. Der älteste Elefant lebte im Zoo von Taipei und wurde 86 Jahre alt. Eckige Klammer auf Ein-Eckige Klammer zu, Eckige Klammer auf Zweieckige Klammer zu. Je nach Art kann ein Elefant im Durchschnitt zwischen 2 und 5 Tonnen Körpergewicht und eine Größe von bis zu 4 Metern erreichen. Das größte bekannter Exemplar war ein am 4. April 1978 im Damara-Land, Namibia, erlegter Bulle, der 4,21 Meter groß und 10,39 Meter lang war. Eckige Klammer auf Dreieckige Klammer zu Inhaltsverzeichnis von den Rüsseltieren lieben heute nur noch drei Arten, die alle zu den echten Elefanten gehören. Diese sind, afrikanischer Elefant, Luxodonta africana, Waldelefant, Luxodonta kyklotis, asiatischer Elefant, Elefas maximus, eine Minderheit von Elefantenforschern und Kryptozoologen hat den Zwergelefanten, Luxodonta pomelio, als Art vorgeschlagen. Diese ist jedoch in der Fachwelt nicht akzeptiert. Er soll neben dem großen Waldelefanten als kleinere Art im tropischen Regenwald, Gabon, Kongo, Kamerun, vorkommen. Auch genetische Untersuchungen an verschiedenen Exemplaren der zentralafrikanischen Region brachten keine Hinweise auf eine vierte Elefantenart. Eckige Klammer auf Viereckige Klammer zu Die einzig bekannte Hybride zwischen einer asiatischen Elefantenkuh und einem afrikanischen Elefantenbuhlen wurde 1978 im Zoo von Chester geboren. Es handelte sich um das Bullenkalb-Motow. Es starb zwei Wochen nach seiner Geburt. Eckige Klammer auf Fünfeckige Klammer zu Verbreitung Verbreitung des afrikanischen, grün, und des asiatischen Elefanten, braun, das Verbreitungsgebiet des asiatischen Elefanten erstreckte sich früher im südlichen Asien durchgängig von Syrien bis zu weiten Teilen Chinas. Heute ist er noch in Vorder- und Hinterindien, Sri Lanka sowie einigen der großen Sanda-Inseln zu finden. Der afrikanische Elefant lebte früher auf dem gesamten afrikanischen Kontinent, heute befindet sich die nördlichste Grenze seines Verbreitungsgebietes im Süden des Suden. Er kommt heute in vier getrennten Populationen vor, in den Savannen des östlichen und südlichen Afrika, in Westafrika, in der nördlichen Namib, Südwestafrika, und im zentralafrikanischen tropischen Regenwald. Im südlichen Afrika ist er allerdings auf die Schutzzonen der Nationalparks beschränkt. Dort haben sich die Bestände durch verschiedene Schutzmaßnahmen, insbesondere durch das weltweite Verbot des Elfenbeinhandels, so stark vergrößert, dass die Tragfähigkeit dieser Gebiete deutlich überschritten wurde. Besonders deutlich wird das etwa im Kube-Nationalpark in Botswana, statt der als naturverträglich eingestuften Zahl von 5000 Elefanten leben hier inzwischen über 25.000 Tiere. Der Waldelefant lebt in den Regenwäldern Westafrikas, unter anderem in Kamerun, der Demokratischen Republik Kongo und der Zentralafrikanischen Republik. Alle heute noch lebenden Elefanten sind stark in ihrem Bestand gefährdet, da ihr Lebensraum beständig schrumpft und sie bis in die jüngste Zeit wegen ihrer aus wertvollem Elfenbein bestehenden Stoßzähne gejagt wurden. Anatomie Vergleich von Kopf und Vorderteil des Körpers von asiatischem, 1, und afrikanischem, 2, Elefant Da die verschiedenen Elefantenarten eine unterschiedliche Anzahl Brust, Lenden, Kreuzbein, und Schwanzwirbel besitzen, besteht ein Elefantenskelett aus 326 bis 351 Knochen. Etwa 394 Skelettmuskeln bewegen den Elefantenkörper. Die inneren Organe des Elefanten sind im Verhältnis nicht größer als bei anderen Säugetieren. Das Gehirn wiegt etwa 4 bis 5 Kilogramm. Das Herz je nach Alter zwischen 12 und 21 Kilogramm. Es schlägt etwa 30 Mal pro Minute. Die Blutmenge entspricht etwa 10% des Körpergewichtes. Die Körpertemperatur eines gesunden Elefanten beträgt ca. 36,5 Grad Celsius. Die Haut ist etwa 2 cm dick. Im Gegensatz zu den meisten anderen Säugetieren befindet sich das Gesäuge bei den Elefantenkühen, wie bei den Primaten und Wallen, zwischen den Vorderextremitäten. Damit das Elefantenkalb bei der Geburt sanft auf die Erde fällt, befindet sich die Geburtsöffnung nicht unter dem Schwanzansatz, sondern zwischen den Hinterbeinen. Dies verkleinert die Fallhöhe bei der Geburt von rund 1,70 Meter auf 70 Zentimeter. Elefantenzähne, von links nach rechts, vorletzter, unterer Backenzahn des asiatischen Elefanten, selbiger des afrikanischen Elefanten und letzter Backenzahn. Von Mastodum Giganteum Elefanten besitzen zwei Arten von Zähnen. Zum einen die zu Stoßzähnen gewandelten Oberkäferschneidezähne und die Backenzähne. Eckige Klammer auf sechseckige Klammer zu als Kaufläche werden jeweils nur die vorderen Backenzähne genutzt. Sind diese abgenutzt, wachsen von hinten die nächsten Zähne durch Resorption und Anlagerung der Kieferknochen vor und stoßen die alten Zähne heraus. Ein Elefant bekommt so in seinem Leben sechsmal neue Zähne. Eckige Klammer auf siebeneckige Klammer zu sollte ein Elefant diese alle verbrauchen, muss er verhungern. Inzwischen gibt es allerdings erfolgreiche Versuche, Zahnersatz für Elefanten anzufertigen. Eckige Klammer auf acht Eckige Klammer zu die aus Elfenbein bestehenden Stoßzähne werden vor allem zum Entrinden der Bäume sowie als Waffe gegen Feinde eingesetzt, wobei die Stoßzähne mehr dem Imponiergehörber als dem wirklichen Kampf dienen. Während man seit mindestens der Spetantike teilweise glaubte, dass Elefanten keine Ellenbogen und Kniegelenke besäßen, Eckige Klammer auf neuneckige Klammer zu weiß man mittlerweile, dass diese lediglich völlig frei sind. Eckige Klammer auf zehneckige Klammer zu das Kniegelenk des Elefanten zeigt eine erweiterte Ruheposition, so dass beim Stehen der Winkel zwischen Oberschenkel und Schienbein fast 180 Grad Zeichen beträgt. Dies ist für Quadrupeden ungewöhnlich. Kommt es doch sonst nur beim Bepäden Menschen vor. Es gibt weitere Parallelen, das Oberschenkelgelenk des Elefanten zeigt große Ähnlichkeit mit dem des Menschen, wie auch die Menisken, welche sehr schmal und dünn sind, und das Kreuzbandsystem, das ebenfalls vorhanden ist. Die Bewegungsmuster der gewichtstragenden hinteren Gliedmaßen ähneln ebenfalls mehr an den Menschen, als an korsoriale Quadrupeden. Die Hauptbewegung des Kniegelenks ist eine Extension Flexion mit einem Aktionsradius von 142 Grad Zeichen. Im fortgeschrittenen Alter sind die Kniegelenke anfällig für Arthrose. Eckige Klammer auf elf eckige Klammer zu Elefanten sind Zehenspitzengänger. Eine anatomische Besonderheit der Elefanten betrifft ihren Pleuraspalt. Als einziger Säugetierart der Welt ist dieser bei ihnen nicht mit Flüssigkeit gefüllt, sondern von Bindegewebe ausgekleidet. Dadurch sind die Pleurablätter trotzdem weiterhin gegeneinander verschiebbar, aber bei weitem nicht so empfindlich, wie es bei der flüssigkeitsgefüllten Variante der Fall ist. Dies ermöglicht es Elefanten beispielsweise, einen Fluss zu durchqueren und währenddessen mit ihrem langen Rüssel zu schnurkehlen. Dabei atmen sie Luft mit atmosphärischem Druck ein, während sich ihr Körper, und damit insbesondere die Lunge, etwa 2 Meter unter Wasser befindet. Diese Druckdifferenz würde bei jedem anderen Säugetier, mit normalem Pleuraspalt, dazu führen, dass die Blutgefäße, die den Pleuraspalt mit Flüssigkeit versorgen, förmlich ausgequetscht und zerstört würden. Das würde zum Tod führen, da die Lunge, ohne Halt, einfach kollabiert.